Das ist ein ganzer Clan. Das besteht aus den zwei Spielern. Achso. Camp in Stand mit Shotgun. So, wenn sie nicht mit Shotgun campen, rennen sie mit Magnum und so mit dieser Magnum Taktikmesser rum und neifen. Nur, sie sagen jedes Mal an, wo der Gegner ist. Brony und ich spielen mit denen. Und das geht in Stand so. Hier, da seht ihr, camp da mit einer Magnum in der Ecke die ganze Zeit. So, dann haben sie das eingestellt, dass man den Gegner zugucken kann, was der Scheiß überhaupt soll. Das versteht kein Mensch. Dann stehen sie mit einer Magnum da und sprain. Und das ist das dümmste, was es gibt. Brony nimmt jetzt auch noch Stellung dazu. Ja, das ist ziemlich scheiße, was die machen. Ich spiel hier so schön mit Sniper und komm immer mit dem Magnum an. Ja, man sollte sich mal die Klassen anschauen. Ja, zeig mir die Klassen. Klassen. Standardklassen. Ohne Perks. Ohne alles. Nur Splitter und Blankeraden. ACR mit Schalldämpfer. Und überall die Magnum Taktik. Dann eine Shotgun mit erweitertem Magazin. Eine MSR mit erweitertem Magazin. UMP mit erweitertem Magazin. Und Schalldämpfer. Und immer haben sie ihre natürlich verkackte Waffe dabei. Ihre wunderschöne, hässliche, verkackte Magnum 9. Nein. Nein, Captain. Honeybee. Honeybee hat mich jetzt vorhin mit der Sniper gequillt. Wu, hat sich einmal Sniper genommen. Hat er bestimmt kein Hotzgo. Ja. Aber mit dieser Klasse zur Hotzgo finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil die einfach so lang sind. Ja, guck mal, wie er es genau wieder weiß. Ich hab Honeybee gesehen. Ja, bei A. Jetzt mach ich mal dasselbe. Ich probier's. Ich hab's gesagt. Was machst du denn da? Guck mal, guck mal. Was für ein Kacknob das ist. Er campt. Und guck mal, die rennen immer zu zweit. Guck mal. Er rennt nur. Nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Ja, immer in diesem Haus. Weil das Camper sind. Das sind einfach Noobs und damit war es auch das Hate-Video von mir. Wenn Bronny noch was zu sagen hat, dann haut rein von mir. Ich mag die nicht. Das ist meine steepiedzieć. Bad Bertag. Sind aber noch immer in kleinen Überschner. singing und einzuf衡 funktioniert.